Das sind die Mitochondrien. 40% einer Zelle machen sie aus. Sie kommen aus dem Ei deiner Mutter. Nicht vom Mann oder aus dem Material der Mutter. 100 in einem Spermium. 100.000 in einer Eizelle. 10 Trillionen in euch. Sie machen ein Energie-Molekül. Equals to your whole body weight every day. 100 Kilo für mich every day. Und das entspricht deinem Körpergewicht. Für mich 100 Kilo. Ja, ja. Und 9 ounces. Das ist halb ein Kilo. Right at being made at any time. Ein halbes Kilo, das jederzeit hergestellt wird. In unserem Kreislauf. Halb ein Kilo in circulation. Ein halbes Kilo im Kreislauf. Bis zu 100 Kilo pro Tag. Je nach Körpergewicht. Sehr, sehr beschäftigt. So wird Zucker verbrannt. Manchmal können diese Zucker auch durch Proteine hergestellt werden. Und durch Fette. Was ich will, dass ihr seht, ist, dass es viele Schritte gibt, die dahin führen. Und jeder dieser Schritte benötigt Magnesium. Die meisten benötigen B-Vitamine. Also sprechen wir von Vitaminen. Solche Vitamine, die diese zum Laufen bringen. Die diese Enzyme zum Laufen bringen. Und jeder Schritt benötigt die Enzyme. Also braucht jeder Schritt Mineralien und Vitamine. Also sehr wichtig. Die Mitochondrien können auch das Baumaterial für Zellen herstellen. Die Fette machen das Membran. Purines, das make RNA, DNA. Das Purin macht DNA. Nucleic Acids. Verschiedene Säuren. Und die Kohlenhydrate machen das Skelett, oder die Knochenstruktur. Sie regulieren auch den Kalziumgehalt in den Zellen. Viele Zellen haben einen Anteil Kalzium in sich. Die Prostata, den Dickdarm, der Darm, die Brust, der Uterus. In Brustkrebs sehen wir ein Mammogramm. Mit den kleinen Spikes, little rays of Calcium. Mit den kleinen, ähm, 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 ja, I don't know. Mit den Strahlen. Ja. Dann wissen wir, es ist Krebs. Das ist sehr wichtig. Das hat nichts damit zu tun, wie viel Kalzium du isst. Das hat mit Vitamin D zu tun und K2. Und ich hoffe, wir haben Zeit, noch darüber zu reden. Aber sie verbrennen vorab wegen den Elektrolyten, weil sie keinen Sauerstoff haben. Und sie werden so. Wir müssen zurück. Viele Medikamente vergiften die Mitochondrien. Denkt daran, dass ihre DNA wie ein Bakterium ist. Also ein Antibiotikum wird das Mitochondrium stark kaputt machen, zerstören. Viele andere Medikamente werden aber auch für ganz andere Gesundheitszustände verwendet. Für Depressionen. Parkinson's Disease. Für Parkinson. Gegen Schmerzen. Aids Drugs. Antiviral Drugs. Antiviral Drugs. Medikamente. Tobacco. Tabak. Das wäre Alkohol. Alkohol. Unfortunately. Leider. Ich spreche ein bisschen Dänisch manchmal. Wenn Leute mit mir Deutsch reden, dann antworte ich in Dänisch. Das ist interessant. Ja, ich bin bored. Ich habe nur 24 Genen. Das Mitochondrium hat nur 24 Gene. Aber in den Chromosomen deiner Eltern gibt es 20,000 verschiedene Gene. 3,000 haben mit dem Mitochondrium zu tun, davon 3,000. Sie mutieren 17 Mal schneller als die anderen DNA. Sie mutieren 17 Mal schneller als die anderen DNA. Sie sind sehr zerbrechlich und heikel. Und sie altern schneller als der Rest der Zelle. Schönes Bild. Sagt dasselbe, was ich erklärt habe. Je schneller sie zerstört werden und je heikler sie sind oder sensibler, je kürzer das Leben. Also kleine Tiere, die einen hohen Metabolismus haben, wie eine Maus, leben nicht so lange wie die grossen Tiere, wie das Pferd zum Beispiel, mit einem längsameren Herzschlag und Metabolismus. Ja. 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 Ja.